Jo, halt zurück zu Baldur's Gate. Wir sind das letzte Mal hier jetzt zu viert aufgeschlagen, aber ich will vielleicht mal Führung, kann eigentlich Mom wieder machen. Und so einen neuesten Helm gefunden. Alles fresh. Ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt alles so richtig gut abgegrast hatten. Ich will nochmal hier kurz reingucken. Ja, das ist ja die komplette... Genau, das haben wir alles gefunden. Okay, Moment mal. Ach nee, das ist hier der Durchgang. Genau, passt. Gut, dann gehen wir weiter. Also entweder beamen wir uns rüber. Das ist ja jetzt hier auch ein Schnellreisepunkt geworden. Und gehen hinten durch das Tor oder was es war. Oder wir gehen hier oben nochmal weiter. Das würde ich lieber machen. Mal rüberspringen und gucken, wo's da weitergeht, oder? Weil hier ging's ja rauf. Und hier waren wir ja schon mal beim letzten Mal. Mal ein bisschen rauszoomen. Kräuter sammeln, bin jetzt angefixt. Okay, wo denn? Bist du ne Schaufel? Krass. Ja, es ist ne Schaufel hier, oder? Achso, ich dachte... Also, wir haben einen Wälder, der in seinem eigenen Portal geklappt hat. Kein Problem ist eine Entschuldigung. Ich möchte das eine... Komm, wir machen das erst mal, erzählen wir uns mal was. Ich bin ein Magistrat, zurück in der Stadt. Das ist alles ziemlich tödlich. Ja, komm, nicht streiten. Wow, okay. Hm, lass mal kurz auf die Map schauen. Wird immer größer. Das ist klar, aber... Hat er jetzt ne... Ne, verwenden. Oh, okay. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. Na. Wie heißt die Liesel? Sehr fordernd für eine Frau in eurer Position. Mhm. Warum sollte ich? Keine Sorge. Hm? Hm. Hm. Deine Worte fliegen zu ihr, obwohl du sie nie sprachst. Ich weiß, was in dir entsteht. Und ich weiß, was ein Verkauf. Okay. Remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid. We can't trust her. Hm. Daimessa, watch out! Woa, okay. Hm, 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 hm. Okay. Wer fängt an? Wir müssen näher ran, ne? Let's go. Können wir noch einen Zweitschlag? Nope. Woa, okay, nur einen. Das ist natürlich nicht so gut. Halt eine Kreatur. Okay. Okay. Uh, lahmgelegt. Okay, mal eben kurz gucken. Jetzt haben wir am Start das Ding. Gehen. Sauber. Das ist nice. Okay. Und jetzt können wir aber das Ding auch noch, oder? Na, scheiße. Alter, nur eins. Hm, das wird spannend. Sehr gut. Was haben wir noch als Bonus? Verstecken. Ey, ich raf noch nicht, was es bringt. Heimlichkeits... Ne, lass mal. Der ist durch erstmal. Eins bis acht. Okay. Komm, diesmal nicht nur ein. Vier, okay. Verstehen wir nicht, wenn man das Bonus-Ding machen kann. Okay, das ist Bonus. Was bringt das Ding hier? Weiß ich nicht. Mal ausprobieren, oder? Okay, alles klar. Bringt nichts. Weil noch nicht gut. Oh, noch höher. Scheiße. Alter. Zweimal. Okay. Nichts! Nichts! Scheiße. No ja. Lagi recite their demise. Ignis! Oh! Sauber. Fokus. So Healing Support wäre jetzt ganz nice gewesen, aber wir machen Fernwaffe wieder, weil der Typ nervt voll. Zwei, mhm. Ist ne Dame, ne? Ne, kein Herr, genau. Da, bewegen wir uns mal dahin. Bringt nix, ne? Ne. Okay. Zwei. Das dauert noch ein bisschen, ne? So, jetzt mal gucken, was haben wir noch für Bonus-Dinger. Ne, und zu erfreuen. Ich glaub nicht. So, also wir brauchen aber... Springen bringt was. Ne, jetzt lass mal. Das brauchen wir auch nicht. Also es bringt alles nix. Okay, so. Ja. Wir haben doch Support irgendwie, ne? Ich dachte wir hätten irgendwie so Heilung oder sowas. Ist das hier? Umwerfen. Schlafen. Schlafen. Boah, kann man da schlafen? Mal ausprobieren. Das wäre natürlich übel, ne? Kein Ziel? Wie bitte? Okay, hm. Na gut, dann gibt's so ein Feuer-Ding. Shit, echt. Geh mal dahin. Sauber. Wow, das war fies. Was haben wir noch? Äh, klappt nie, ne? Das bringt alles nix. Äh, war das jetzt korrekt? Ich glaube nicht, oder? Oh, ja, war das? Ja, war das? Wombard, war das? Swords meet sorcery. Oh! 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 Geht er dann dahin, wenn er das macht? Auch nochmal geschubst, ne? Schweinebacke. Gerne, wenn du freundlich wärst, würden wir das machen. So, bist du irgendwie festgebunden oder was? Wo geht das? Wow, was ist das bitte? Lederrüstung, Kurzbogen, Kurzschwert. Sehr cool. Okay, lass mal kurz gucken, dass wir uns damit vielleicht mal ausrüsten, oder? Lederrüstung, wo ist sie? Da drüben. 11... Moment mal, ausgerüstet ist... Okay, jetzt vielleicht für mich nicht. Nicht so gut, aber... So, was hatten wir noch gesagt? Lederrüstung, Leder, dies, das. Wo ist das andere noch? Hä? Seh ich jetzt gar nicht. Okay, lass mal dann für sie hier. Sie wird auch aber ne nice Rüstung, ne? Mal kurz. Ich bin bereit. Ne, gar keine Rüstung, hm? Lederrüstung? Tak, 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 tak. Ne, die ist ja wohl ein bisschen nicer hier. Captain Hemd, sehr gut. Aber die anderen haben keine Rüstung, können wahrscheinlich keine Rüstung tragen, ne? Mal kurz gucken. Kannst du ne Rüstung tragen? Okay, du hast... Ja, jetzt warte halt mal kurz. Rüstungsklasse 11, okay, leichte Rüstung, leichte Rüstung, alles klar. Und wie sieht's aus mit, äh, Kollegah hier? Der hat gar keine Rüstung an, oder? Ah, doch, der hat auch irgendwas an, aber ist natürlich irgendwie... Ist keine Rüstung. Sondern, was hat er? Die schlichte Ruwe. Dann kriegst du eine kleine Lederrüstung. Guck mal. Schon besser. Und was hast du sonst? Mützchen hast du gar nicht. Komm, du kriegst auch ein Mützchen auf. Flup. Tadaa. Haha, sieht scheiße aus. Egal. So. Lass noch mal gucken. Ja, einen kleinen Moment bitte. So, mit dem Dolch, was hatte ich denn eben noch so krasses aufgenommen? Das war so ein Kurzschwert. Ausgerüstet nur über 7 Schaden. Kampfstab. Ne, das ist schon mal okay. Aber, äh, man kann bestimmt das Schwert aus so einem Bogen. Wäre natürlich für ihn super, ne? Weil der hat noch kein... Gar nichts ausgerüstet. Sehr gut. Okay. Okay. So, get me down. Das heißt, sie sitzt da oben irgendwie drin und wir müssen da oben rauf, oder was? Wow, nochmal so ein Schiff. Noch eine, noch eine nice Rüstung. Ähm, müssen da oben rauf, oder wie soll das funktionieren? Sie dann da irgendwie losschneiden? Ist noch nicht geblickt. Durch die Da Catalen. Enough dawdling. Get me down! Slow to respond. Unsurprising. Tagebuch öffnen, um mehr zu erfahren? Nö, das muss aber irgendwie ganz einfach gehen, oder? Ich habe jetzt noch nicht geschnallt, wie wir die da runterkriegen. Ist dann quasi hier irgendwie rauf vielleicht? Nö, kann es ja nicht sein, oder? Können wir da einfach irgendwie raufkrabbeln und dann da, das Ding hängt ja da oben. Wird es einfach losschneiden, oder? Wie kommt man da rauf? Fernangriff, Pfeil, dies, das? Geht das? So nicht, aber vielleicht das andere, dass man, sorry, dass man das Ding hier oben irgendwie rausschießt, oder? Nee, nicht bewegen, sondern ich dachte, wir könnten, ah, okay, doch nicht so einfach. Warte mal kurz. Und auch nicht bewegen, sondern ich will da drauf schießen. Boah, geschwächte Basis, okay? Ein paar Mal machen und dann geht's, oder? Alles klar. Und dann geht's, oder? Es gibt viele Dinge, eine Hatcherie, eine Training-Ground, eine Schlüssel. Der Protokoll Githyanki ist klar. Wenn ein Geith-Tadpole infectiert wird, wir müssen zu Augustil für purifizieren. Du bist voll auf. Dismiss dein weakest, Warrior. Boah, das ist schwierig, ne? Hm? Sehr gut, aber sieg mir meine Sprache. Die Horned Ones mentioniert eine Kamp. Eine dort, das Zoru, hat gesehen, Githyanki. Eine Kräste muss sich näher. Ich muss diese Zoru interrogieren. Wir leben sehr auf sie. Ich werde in der Kamp. Keine Zeit. Okay, fresh. Ah, wir switchen wieder, ne? Still breathing. Despite everything. Äh, das ist ja... Das Portal ist hier hinter. Okay, hier waren wir auch einmal rumgelaufen. Hatten aber jetzt nicht nochmal geguckt. Jetzt haben wir wirklich eine Geige hinten drauf. Ist ja krass. Hm, von dieser Seite... ...hatten wir noch nicht geschaut. Kapelleneingang, mhm. Hm, da hinten sind irgendwie Typen, okay. Hm. Verschlossen, mhm. Kann man nicht knacken. Achso, der muss vielleicht von unten ran. Okay. Schade. So, das heißt, die sind neutral. Mal. Das heißt das da? Hmmm. Hm. Hm, hm. Hm, hm. Wieso nicht warten wir ein bisschen? Wir haben beide so groß wie ich, aber ich habe eine halbe Bühne. Aber wir wissen nicht was das Ding ist. Und was ist das Krypt? Ich sage dir, es ist ein Schiff. Und die Krypte kann warten. Mari und Barton haben versucht, zu drehen in die Zeit. Jetzt, wir... Stopp! Wir haben uns schon eine Komponente. Das ist unser Schiff. Hm, überzeugen. Ach, mich die hälste Kerze auf der Torte. Na gut. Okay, die hauen ab. Rettungswurf bestanden. Ne, das habe ich noch nicht geblickt, was das bringt, was das heißt. Verwenden. Okay, und wie kriegen wir das auf, Digi? Oh, okay. Mit dem Ding hier. So wie... Man muss doch eigentlich einfacher ranschießen können, oder? Dass man jetzt wirklich sagt... Ne, das meine ich nicht. Cursor meinte ich. Und jetzt... Ah, hier irgendwie ranschießen. So, irgendwie sowas. Geht das? Weiß nicht. Geht das? Nicht so, oder? Geh mal hier hin, bitte. Oder man muss wirklich auf das Ding da schießen, oder? Das wäre natürlich noch cleverer. Also auf die... Lass mal gucken, ob das geht. Oh, es geht quasi. Cool. Das da meine ich. Kann irgendwie die Kamera... Oh, jetzt geht's. Okay. Okay. Boom, nice. Das ist ja cool. Puh, bisschen tief, oder? Kapelleneingang. Hm. Ich weiß nicht. Wollen wir das mal aufmachen? Hm? Komm, mach auf, Junge. Hm. Wer versteht das? Ich raff das nicht. Oh. Okay. Ranken. Oh, und die liegen auch noch. Oh. Cool. Okay. Bringt das was? Nein. Oh, die ist stark. Wir haben noch nicht so weit. Wir haben noch nicht so weit. Was hast du gesagt, genau? Muss ich? Thinking über das nicht hilft. Wir wissen, was wir tun, also machen wir es. Finden ein Weg, um sich zu retten, um diese Dinge zu retten. Ich bin nicht so froh, dass ein Gith Kresch tatsächlich prüge unsere Heilung. Aber das ist es wichtig. Hmm... Worry, don't you think? Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Okay, first year. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Okay, not nerve. I'm so happy that they all are there. So, how come we here? Hey, I thought we could just walk in there. That would be fresh. The text is too faded. It doesn't tell me who was worshipped here. Can we go here? Okay. Yummy. So, now we're here. We're going through the ruin, I'd say. But... I don't know how we're here. Oh, that's with the rank. Oh, that's with the rank. Oh, that's with the rank. Oh, that guy should let us here. Make the door open, man. That's right. That's right, man. I see the rank here. That's right. And it's pretty well. All right, this has to be. I'm sure it's a name. I'm not sure it's true. No way. I'm sure it's true. I'm not sure it's true. Okay, that's right. Here we go. I'm so happy. I'm sure it's true. I'm sure it's true. Maybe it's true. So, you can't do it. Wer macht denn immer den Rettungswurfs? Habe ich so nicht so richtig gerafft. Lass uns mal gucken, ob man da unten jetzt rein kann oder ob der vielleicht hier irgendwie, der Typ, der da drin ist, hier irgendwie flieht oder so. Nee, ne? Okay, und wie kriegt man diese Häufchen weg? Da hinten steckt ja noch eine Schaufel in dem Haufen drin. Sagt mir jetzt mal so aus. Äh, habe ich was verpasst? Okay. Das ist das Gate von unten. Okay, das heißt... Ah, okay, vielleicht kämen wir da durch, dann durch die Kapelle. Okay, okay, lassen wir eben kurz noch der Haufen da hinten irgendwo, wo liegt denn der? Der hatte ja eine Schaufel drin. Nee, hier nicht, das ist das. Das ist hier oben irgendwo gewesen. Hm. Aber wenn man da hinten den raufging, den Weg, dann war da ja so eine Haufen mit einer Schaufel drin. War das irgendwo hier, oder? War das nicht so? Ja, ich glaube, ich habe mich komplett vertan. Wo ist denn der Schie, die Haufen Wegpunkt entdeckt? Sehr gut. Ah, hier. Okay, sehr gut. Eben noch einmal gucken, wo dieser Haufen war, weil da steckt eine Riesenschaufel drin. Aber man konnte irgendwie auch jetzt nicht so richtig cool sehen, was Sache ist. Wird gespeichert. Da und sind dann irgendwie Dudes. Und die wollen fighten, so sehen die zumindest mal aus. So, war der Haufen da unten hier, guck mal, da ist eine Schaufel drin. Ich weiß nicht, warum wir das dann nicht so verwenden können. Guck doch mal hier, da ist so eine Schaufel drin, Junge. Ah, endlich, Junge. Krass. Okay. Das finde ich gut. Was bist du? Mhm. Malachit, sehr fresh. Okay. Das finde ich gut. Dann können wir jetzt hier überall schön rumschaufeln. Lass uns noch mal eben gucken, weil da hinten, wo war da noch eine, rund um die, um dieses, um die Kapelle war ja was, ne? Und dann gehen wir einfach unten rein, würde ich sagen, oder? Wir beamen uns da runter und versuchen einfach mal unten rein zu gehen. So, wo war das jetzt? Das war, boah. Ne, das ist ja da, wo wir herkamen. Hier konnten wir rauflaufen. So, okay. Hier hinten war auch so ein Ding, ne? Oh. Verstrickt, Rettungsfehl geschlagen, okay. Das eigene macht man selber an Rettungsruf, kannst du schlecht lesen immer oder so schnell. Hier, das Ding kann man nochmal aufbuddeln, oder? Cool. Das finde ich nice. Einfach mal so eine Truhe finden. Oh. Schrift für Personen bezaubern. So, Zauber erlernen, da ist Schüler, lalala. Spielmenü öffnen, Zauberbuch. Neuen Zauber erlernen, Junge. Du bist Zauberbuch, ja? Äh, Zauber vorbereiten. Stets verfügbare Zauber, Zaubertricks, Zauberaktionen. So, wie geht es jetzt? Bereite Zauber aus deiner Liste bekanntere Zauber vor. Zauber müssen vorbereitet werden, um sie wirken zu lassen, um zu können. So, Zauber können nur außerhalb von Kämpfen vorbereitet werden. Ja, mach ja gerne. Die sind schon vorbereitet. Haken, 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 Haken. Alle die Nagen an, die funktionieren, oder was? Annehmen. Äh, ich raff's nicht. Äh, Zauber vorbereiten. Ja. So. Und ich hab da oben 5 von 5. Achso, ich kann gar keine mehr dazu packen. So, und wo kann ich jetzt den Zauber lernen? Das hab ich nicht gedacht. Allgemein. Zaubertricks. So, hab ich nicht gerafft. So. Was war jetzt? Nochmal. Also, das Ding aufrufen. Zauberbuch. Achso, vielleicht kann ich gar keinen Zauber lernen. Doch, kann ich ja wohl, ne? Welcher Zauber ist dazu gekommen? Irgendwas jemanden beschwören, war das irgendwie, ne? Steht verfügbar. Zaubertricks. Ich raff's nicht. Abbild beschwören. Achso, man konnte noch hochscrollen, ne? Warte mal kurz, bitte. Ching. Nee, runterscrollen konnte man jede Menge. Okay, doch nicht jede Menge. So, ich hab's nicht gerafft. Macht ja nix. Ich würde aber auch sagen, äh, warte mal, wo war der Beam-Punkt? Ich beam uns mal zum Eingang unten beim Portal, also bei dem, bei diesem Tor. Und dann gucken wir, dass wir von unten da reinkommen. Aber, natürlich erst beim nächsten Mal. Also, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.